Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Shootmania Storm, nachdem das erste Special Jahr super angekommen ist, habe ich mir überlegt, machen wir noch ein paar Folgen und diesmal ist es ein Together. Hi. Ja, und zwar zusammen mit dem Stubbs Gamer. Kennt ihr vielleicht... Nicht? Ja, vielleicht. Habe ja gesagt, vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, wenn ihr mal beim Stubbs Gamer geschaut habt, dann kennt er vielleicht mich, weil ich war mal bei dem bei Shootmania dabei, aber okay, und ohne Mikro und so, also... Ja, nur so im Chat, zufällig auf dem Server gefunden. Ja, ganz zufällig. Aber jetzt haben wir mal mit, ja, halt so ein richtiges Together. Und ja, Server. Welchen nehmen wir? Ja, alle. Äh, lad doch. Hälter. Ach ja. Warte, Germany sind nur ein Server. Ich habe ja einen, ich habe ja einen Server, der ist, äh, Modus Royale. Franzose? Weiß ich nicht, der heißt Fun Shooters. Ich weiß nicht, was der ist. Ja, der ist Französisch, aber... Ja, egal, aber... Egal, es ist halt der richtige Modus und da sind auch gut Spieler drauf. Äh, warte, ich schreibe einfach mal bei Franer, Franze. Wobei, es könnte auch sein, das sind 23 Spieler, es könnte auch sein, dass der fast voll ist. Mein Gott, wo ist denn der? Der... Der ist... Fun Shooters hier. Ja, Fun Shooters. Royal, Royal Rumble, The Lost Island, so was. 35 Leute drauf? Ne. Also, wie viel sind die 35 Maps und, äh, 23 Leute? Es könnte aber sein, dass der jetzt mit 24 voll ist. Wir probieren es einfach mal. Der durchschnittliche Spielerrank ist viel höher als ihrer. Oh. Bei mir steht es gleich. Da ist der Platzierte von der ganzen Rangliste drauf, ne? Ja, versuch... Ich trete mir bei. Ich hoffe mal, dass der mir jetzt nicht sagt, ja, Server voll, ja, fick dich. Komm, lade, lädt es bei dir? Es lädt und ich bin erstmal ganz am Anfang. Ich habe auch einen Ping von 95 gelesen. Ach ja, ich möchte noch erwähnen, ich bin total Noob. Ging eigentlich, also... Ja, das war eine Glücksrunde, wo ich da auch immer in einer Runde 34 Punkte gemacht habe. Da bin ich einfach in die Mitte gerannt, habe Paul erhobert. Und dann habe ich mir viel überlegt. Ne, ne, ich finde, als wir im Nachhinein, nach der Aufnahme noch ein bisschen gezockt haben, war es gar nicht mal so schlecht. Ja, warte, nach der... Nach der Aufnahme haben wir noch ein bisschen gezockt, da war es gar nicht mal so schlecht. Auf der von dir erinnerten Pro-Map, ähm, da war ich schon sehr schlecht. Auf der Map. Oh, ich lade, danke. Das erste Mal, wo ich dir gezockt habe, hatte ich erstmal mit 40 oder 50 Punkten Vorsprung in den ersten Platz. Das lädt immer noch, ey. Ich bin drauf. Und wo ich das zweite, dritte Mal gezockt habe, ich bin schon zweimal am Anfang in den Graben reingefallen. So, okay, einmal hat man jetzt das Tor gehangen, deswegen. Da sind... Und dann... Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich auf dem Server. Ich bin aber noch nicht drauf. Ich sehe dich, aber da steht bei dir Zuschauer. Ich bin da. Was? Bei dir steht da Zuschauer. Bei mir steht ein... Und jetzt bist du nicht mehr Zuschauer. Geil. Oh, wo bist du? Ich sehe dich. Ach, alt, alt, muss ich drücken. Ich bin auch noch Zuschauer. Eredom. Ja, die Map sieht irgendwie... Kenne ich die? Ja, ich kenne sie schon. Ich weiß gar nicht, ob ich dich kenne. Ich kenne sie. Wenn du sie nicht kenne, dann... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich sie kenne. Oh, ich habe 15 Frames per Second. 15. Ja, okay, jetzt 20. Aber auch nur, weil... Guck dir mal den Rank von dem auf Platz 15 an. Platz 15. Oh. Ah, jetzt beginnt die nächste Runde, also passt genau. Passt doch perfekt. Rang 3. Heilige Scheiße, und gegen den sollen wir antreten. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Rang ich habe. Es ist 15. geworden, komm. Du bist 3.000 irgendwas, habe ich gesehen. Ja, 3.000. Ich bin ziemlich zurückgefallen. Du bist wieder 12.000. Oh my God. Ich bin 12.000 zurück. Vor allem, was bei Mania Planet immer so ist, wenn du... ...so lange inaktiv bist, dann verlierst du wieder Leather Points. Ja, aber bei Trackmania war das doch erst mal irgendwie ziemlich weit, äh, ziemlich viel hatte, oder? Weiß ich nicht genau. Ich war auch, ich war auch bei... Na, es sind auch viele Deutsche dabei. Ich war auch bei, ähm, Dingens, bei Trackmania war ich ein paar Mal ziemlich weit oben im Ranking. Und da habe ich dann auch relativ schnell wieder den Rank und auch die Leather Points verloren. Also ich habe regelmäßig mal auf die, äh, Leather Points geschaut, wie viele Leather Points ich habe. Und da kam dann sehr oft so was raus, wie, ja, also an Tag 1 vielleicht 60.000 und am nächsten Tag dann, äh, keine Ahnung, 40.000. Ja, ich war einmal in Laos, Platz 2. Also Laos ist ein Land. Nein, ich bin Second Spawn. Das kenne ich nicht. Ich bin Second Spawn, das ist scheiße. Wow, 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 nein, 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 hier ist niemand. Das heißt, ihr Second Spawn? Also 2, 3, oder was? Ja, halt, mehrfach Spawn. Weil es nicht reicht bei einem... Boah, ich merke gerade, dass ich schon... Oh, ich habe einen Punkt. Ich merke gerade, dass ich schon ewig nicht mal gezockt habe. Ja, eine Woche, glaube ich, bei mir. Ich habe es mir gekauft, sondern bei jemandem... Oh, ich bin gar nicht mehr drin, ich muss erst mal wieder reinkommen. Boah, ich habe ihn getötet. Ich habe zwei Punkte und auch noch keinen... Oh nein, komm so ein Scheiß, aus. Oh, wow, wow, ich wäre davon irgendwo... Ich bin draußen. Ich bin noch vor dem Stubbs Game irgendwie zukommen können, das ging noch mit... Wie kann man Spectaten? Wie kann man Spectaten? Wie kann man Spectaten? Ehrlich? Alt drücken, den auswählen, den man Spectaten möchte. Komm, und dann funktioniert es nicht. Äh, wie ging das denn? Ich gehe das nur bei Passerwern. Nee, das geht eigentlich bei jedem, aber ich... Kann ich nicht Spectaten schaue. Oh mein Gott. Boah, ich bin eh tot. Ja, okay, dann ist klar, dass es nicht geht. Wie... jetzt bin ich es tot, aber... Dann weiß ich nicht, ich mag die Map nicht. Ich weiß jetzt schon, ich mag die Map nicht und ich bin überhaupt aus dem Flow raus. Ich hab grad absolut verkackt. Ich bin völlig aus dem Flow raus. Wow. Nice, man. Ah, ich bin völlig aus dem Flow raus. Dazu, ich bin, glaub ich auch... Nee, ich bin kein... Doch, ich hab hier... Second? Nein, ja, kein Second. Ja, ich hab mir geht genau geil. Der, wo vor mir gesponnt ist, ist aufkalkang von mir. Ja, 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 oh mein Gott. Tatsache, dass der Stubbsgänger... Dass der Stubbsgänger auch so kommt. Aufsung kommt. Alter, das ist doch mies, wenn da noch einer... Ja, ja. Sich da einmischt. Schieß mal erstmal in ein... Alter. Ja, schieß den weg. Ach, da ist jemand draufkommt. Ich kann nicht denn jetzt so... Geht mir doch irgendwie... Äh. Boah. Gleich tot. Komm auf Sound. Greif dich an auf Sound. Oh mein Gott, von hinten noch. Hilfe irgendwie. Die ganze Franzosen vereinen sich. Was überhaupt das... Oh mein Gott, jetzt werf ich Granaten. Oh mein Gott, scheiße. Ah. Ich komm hier nicht weg. Ah, jetzt. Jetzt kann ich dich spektaten. Komm, verreckt. Neun. Boah. Ja, um zu spektaten musst du, äh... Alt, dann denjenigen, den spektaten willst, jetzt linksklick drauf machen. Und dann ganz wichtig, Escape und Zuschauer das Häkchen rausmachen. Weil jetzt lässt sich dann automatisch auf Zuschauer. Und das ist dann vielleicht nicht so gut. Dann schau ich lieber niemandem zu. Dann war ich lieber die fliegende Kamera dann. Oh, warte. Seconds Paul, muss ich aufpassen. Ne, das ist relativ einfach. Du machst einfach, äh... Was war das jetzt? Boah, ich wird... Ah, ich bin tot. Ehrlich, ich spektate mich einfach mal. Du gehst einfach auf Escape und machst das Häkchen bei Zuschauer raus. Äh, alt. Dann ist... Wo bist du worden? Du musst dir auf knapp auf der ersten Seite. Na? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin aus dem Fenster raus. Missbrauch melden. Entfernen Abstimmung. Sperren Abstimmung. Alter Sieg. Hast du schon 388 Spiel gemacht? What? Da steht 388 Siege. Mein Gott. Fail. Das stimmt aber nicht so ganz. Ja, Pflicht Siege an sich irgendwie Punkt mit. Kehl oder so. Ach komm, wir schon mal Entfernen Abstimmung. Missbrauch melden. Alter. Das wär so geil in der Aufnahme. Noch am besten irgendwie so auf Platz 1. Glaubst du? Ich würd die Folge rausbringen, wenn ich gekickvotet werden würde. Komm. Vom Let's Play Together Partner. Also ganz ehrlich. Als Outtake. Wo sind wir denn? Als Outtake. Deine Mutter ist ein Outtake. Dein ganzes Leben besteht aus Outtakes. Ja, das wär aber schon irgendwie voll geil. Na ja, aber trotzdem. So für mich nicht für dich, aber. Was wünscht, wie viel geht es? Spielern mit Schoma-Kurz-Effrein zu? Bis 200. Äh, F1, ja, 200. Noch mal F1. Was werden dann lange Folgen? Also vielleicht muss man auch pro Runde dann halt zwei Folgen machen. Nicht unbedingt mal, der F1 hat jetzt schon 137 Punkte. Ich kann nicht allzu lange Folgen machen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Wie viel nehmt jetzt auf? Schau doch, hast du zwei Monitorier oder? Was? Oh, von wo ich da weggesnackt. Ich bin völlig aus dem Flow raus. Ich kann gar nichts mehr. Ich hab' einen Monitor. Ähm, aber mein Problem ist, ich kann nur 10 Minuten Parts rausbringen, weil ich sonst ewig lange Upload-Zeiten hab. Für ein 10-Minuten-Video lade ich drei Stunden hoch. In 720p. Das ist einfach zu extrem, das kann ich nie machen. Sorry, ähm, ich wurde gerade gestört. Achso. Hast du noch gehört, was ich gelabert hab? So, halb, so wenig, äh, wenn's doch mal. Ich hab' gesagt, ich muss 10 Minuten Folgen machen, weil der sonst einfach zu lange pro Folge für mich hochlädt. Also 10 Minuten Folgen. Wie viel nehmen wir jetzt? Hast du zwei Monitore, ja, oder? Ich hab' einen Monitor. Kannst du sagen, kannst du jetzt halt anschauen, wieviel du auch, oh, dass du dich schon aufnimmst. Und, und. Ach, das ist ein Deutscher. Bist du echt schon eliminiert? Die Mannacht, bist du. Bist du jetzt schon eliminiert? Ich geb' noch. Ich bin Platz 9. Ähm, oh, ich... Da vorne. Auch das ist der, das ist der, der wieder hat mich sehen. Hallo. Wow! Wie mies ist das, wenn man dann von der Seite angegriffen wird? Nächster Franzose sterben. Nächster Franzose sterben. Boah, wie mies ist das, wenn man dann von der Seite angegriffen hat. Aber wenigstens können die Zuschauer dann dich noch beim Kämpfen sehen. Ich bin Franzosenzütteln. Da, komm. Was, was ich, 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 ich merke, dass ich einfach nur noch mega aus dem Flow raus bin. Nein. 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 Ey, du kack, Franzose. Ich bin mir gedacht, ja, nice one. Ah, das ist voll reingelaufen. Oh mein Gott. Holen dir, holen dir. Ich hab' dich mal gesehen. Ich hab' da war doch gerade noch. Ja, ich sag' auf dem zweiten Monitor, das ist doch kleiner. Übrigens, weißt du jetzt, was diese One-Hit-Teile sind? One-Hit-Teile? Ja. Ich hab's in deinem LP gesehen, dass ich teilweise ziemlich abgefuckt hast, weil du quasi sofort gestorben bist. Ja, schon wieder. Genau das Ding. Was ist das? Das Ding, äh, hier auf der Karte hat's eins. Das sind, äh, sieht man es, sieht man es. Scroll mal näher rein. Ich seh' jetzt grad nicht, wo es ist, aber das sind so Flächen, wenn man auf die draufsteht, verschießt man so Blitze statt, diesen normalen Angriffen. Und die machen dann... Ja, halt One-Kill, also One-Hit-Teile. Was, ey, das ist doch unfair. Geht so. Ey, das find ich trotzdem scheiße. Ist hier einer, ist hier einer, komm, komm. Nö, ich hab' einen. Aber ich seh' den nicht. Ist reicher, komm. Ey. Äh, die, die fand ich grad'n Durig. Ich hab' auch schon... Ja. Ich mach' Back-Reap-No. Wow. Ah, Back-Reap-No. Und, Finder, ich hab' Marv-Kar-Spieler umgebracht. Marv-Kar-Spieler umgebracht. Hab' ich in der ersten Runde gemacht. Scheiß-Finder, ey. Finder, ey. Finder, ey. Finder, ich nur Li leiden. Der, 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 der eliminiert, ja, das ist blöd. Oh, ich bin scheiße, auf so und ich hasse diese. Ach, du bist so, ich sehe dich, weil ich eine Liste, auch, zweite, zweite Seite, oh, hat man sei noch weit hinten und gleich die Brotzeit der Wettbewerb wurde Rhein und die Topf noch Haar ist ein erwischt und ich wurde erwischt ich bin vor ihr ja auch Box hat sie eliminiert ja ja wie gesagt ich bin völlig aus dem Loch raus ich hab die ersten Runden habe ich einfach nur völlig verkackt aber so langsam kommt wieder ja das kommt jetzt erst das erste Rennen vorbei also der erste Part komm wieviel haben wir jetzt aufgenommen vielleicht 8 Minuten ich denke jetzt 10 so komm guck mal wieviel Leute hier drauf sind wenn einer als hälter überlebt kriegt er direkt mal 50 Punkte Boah wieviel Leatherpoints du bekommst ey Bam ich bekomme 170 gerundet also aufgerundet aber komm ich überhol dich in der Aufnahme warte wieviel hab ich auf dem Profil Prozent Punkte ja okay du hast 4000 Punkte mehr als ich es wird schwer vor allem innerhalb von dieser Aufnahme in welcher Region bist du angemeldet Baden-Württemberg Stuttgart Baden-Württemberg Stuttgart baden bete baden baden Württemberg Stuttgart